Odi, 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 hier ist die tapfere, schöne, liebevolle Liese und der Zwerg, ja. Im Spiel Seven Days to Die. Ja, toll. Ja, sag ich doch. Ich muss erst noch mal eine Tür setzen, Zwergenschelte. Hab ich ganz vergessen. Ich glaub, du musst da nur einiges machen, du. Ne, ich will die andersrum haben. Geht das? Ne, will ich nicht. So. Weißt du, ob man Tür noch waagerecht sitzen kann? Ich weiß halt nicht. Was musst du ausprobieren? Was zitterst du denn so? Ist arschkalt hier in Deutschland wieder. Ich weiß nicht, wir haben, glaub ich, draußen 6 Grad oder 4. Da bin ich ja froh, dass ich woanders bin. Ja, mit dir möcht ich die trotzdem nicht tauschen. Mano, wo ist denn da? Boah. Lass' mal ausprobieren. Wie kann man gar nicht mehr hinlegen, Zwergenschelte? Und jetzt? Jetzt muss ich weiter einfallen lassen. Nö, Schüttel. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß nicht. Meist das geht? Ich glaub nicht. Jetzt verließen sie mich wieder. Müsste ich das da unten machen, Zwergen. Nee, das geht nicht. Wenn ich die da unten rein stelle, dann kloppen die mit Zombies, wenn die hier reinkommen, mir meine schönen Kisten hier kaputt. Das geht nicht da unten. Ja, ich weiß. Jetzt hast du ein Problem. Keins, was wir nicht lösen können, Zwergen. Keins, was wir nicht lösen können. Ja, heute haben wir Tag 20. Ich wollte euch mal zeigen, was wir gemacht haben. Am Tag 19, als die Hunde gekommen sind. Ja, guck mal, eine süße kleine Zwergentür. Die ist für dich Zwergenstür, die kleine Zwergentür. Da kannst du ganz gut durchpassen. Also, wir haben Fluchttunnel gemacht. So, hier runter. Schön, 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 schön. Oh, das ist wenigstens 73 Felder, da war das tief, 73 Felder. Ganz schön. Hört hier gar nicht auf. Hölle, Hölle, Hölle. So, da lang, da lang, da lang, Leute. Guck mal, da hinten an dem Licht. Da muss ich dann rechts rum, glaube ich. Aber er ist noch ein bisschen geradeaus. So, was haben wir hier noch? Der muss noch schmelzen, Zwergenstür. Den macht der ja auch, ne? Ein, 50 Stück, der noch. Da kann ich ein bisschen große Steine beipacken. So, und dann bin ich den Scheiß auch schon mal wieder los. Hier kommt noch viel mehr hin. Hier kommen noch drei oder vier von den Schmelzöfen hin, Leute. Und alles andere auch noch. So, hier ist meine Grabungsstätte. Hier ist ein bisschen Erz drin. Und da geht wieder rauf. Da kommen wir rauf jetzt. Hui. Hölle, Hölle, Hölle. Ist das hoch? Und ich glaube, hier waren 75 oder so. Oder auch 73. So, und da sind wir schon in der Schule. So schnell geht das. Ein Moment. Ein Moment. Ich höre ja hier gar nichts mehr. So. Jetzt höre ich wieder was. Ist keine Knarre bei. Doch. So, dann sind wir schon in der Schule. Das geht so schnell. Du vergisst nicht zu sagen, dass du trotzdem du fast gar nicht an der Oberfläche warst. Haben dich die Hunde wie oft gerissen? Wie oft war das? Zwergenschelte. Zweitmal habe ich aufgehört zu zählen. Dreimal habe ich die blöden Kläffer erwischt. Nur weil ich einmal Holz vergessen habe. So, wir müssen aber jetzt trotzdem noch mal zur alten Hütte. So ist denn da kein. So ist denn da kein. Ja, was suchst du jetzt? Wo ist meine alte Hütte jetzt? Hast du immer noch nicht den, äh, die Maus gewechselt? Nö. Du bist mir vielleicht eine Pfeife. Du bist auf jeden Fall noch mal zur alten Hütte, Leute. Anders geht halt nicht. Ach, guck mal, da ist noch, habe ich, habe ich doch noch kein, kein, die Bettrolle noch nicht vertauscht. Gut. Gut, 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 gut. Ich will nämlich Licht haben morgen. Aber siehste, die, die, die Kapteenfinden geht viel einfacher als, als Nesterfinden. Da braucht man gar nicht gucken. Die findet man so Zwergenschelte. Habe ich doch gesagt. Nester sind viel einfacher. Quatsch. Kapteen sind viel einfacher als Nester. Ja, so war das. So war das richtig. Was willst du jetzt an deiner alten Hütte? Licht holen, Zwergenschelte? Ja, da musst du aber vorher noch irgendwo einen Ofen auseinandernehmen. Echt jetzt? Ja, du brauchst Kabel. Ich habe keine Kabel mehr bei dir gesehen. Da war ich noch nirgendwo drin zu lernen, Schöpke. Sieht so aus. Da gehen wir mal da rein. Da ist eine schöne Lampe. Okay, hier gehen wir nicht rein. Da gehen wir rein. Puh. Schaufel, da habe ich alles bei. Nur keine Beile. Weißt du, wie der Wipfenblöde. Naja. Kann man nix dran machen. Ach, die alten Fresse, du Blödmann, du. Mensch, du. Soll denn sowas. Mich arme Elise schlagen. Oh, was geht denn jetzt ohne Beile? Du hast gesehen, bin ich von allein hinterher gekommen, dass ich geblutet habe. Habe ich denn eine Frenge? Ja, ist denn sowas. Da habe ich wieder nix bei Zwergen schelte. Du hast wieder auf nix geachtet. Vielleicht ist ja hier eine Frenge drin. Nee. Auch nicht. Kann ich eine erste? Flora haben wir. Guck, bei uns hier im Haus noch mal einen, solange wir die Vrench brauchen. Hab ich mich jetzt erschroppt? Hast du das gesehen? Da war wieder so ein Geweih-Hum-Zwerg-Schilde. Die machen mich immer ganz nervös. Pass mal auf, da ist jetzt ein Vrench drin. Ach siehste, zwei. Na ja, gut. Eine hätte zwar gereicht, aber keine Kabel mehr. Röhrchen. Auch ein Kabel, mal gucken, wie viel hab ich jetzt? Zwei Kabel, das muss reichen. Ich hätte meine Hüffel mitnehmen sollen ins Ferngschilte. Warum? Wann würde ich jetzt jagen gehen? Ich denke, du wolltest erst mal zu deiner alten Hütte. Aber jagen ist auch wichtig. Ich brauche nämlich unbedingt noch neue Forges. Neue Forges. Ist ja schon mal schön, dass du auch auf die Idee kommst, dass man mehrere davon haben kann. Ja, im Moment hab ich drei. Was machst du eigentlich, wenn die mit Banditen kommen? Ja, noch keine Ahnung. Vielleicht freuen dich ja mit einem von den Banditen an. Das wär wohl was. Na, was immer du sagst, du. Na, was immer du sagst, du. So, mal gucken, da nehme ich zwei Motoren mit Zwergenschilte. Zwei tragbare Lichter, zwei große Taschenlampen, die nicht in die Tasche passen. Aber in deine Tasche passen die doch ein. Ja, sicher, in meine Tasche schon. Oh, ich hab die ganze Zeit Sorge gehabt. Warum? Es ist noch so viel zu tun, Zwergenschilte, und ich hab gedacht, wir hatten schon wieder den letzten Tag Zeit hier. Aber haben wir ja bisschen mehr Zeit. Haben wir heute und morgen Zeit. Zeit ohne Ende. So, was brauch ich? Auf jeden Fall ne Batterie. Eine Batterie und noch ne Batterie. Und ich brauch auch ein paar Paar. Eins, zwei. Zwei. Drei nehme ich mal mit. Jetzt gucken wir nach, was für die Franscheier für die Batterie, die sie alle brauchen. Rezepte. Spotlight. Licht. Und Skrip Iron. Hab ich alles. Bis auf das Licht. Bis auf das Licht. Jetzt mal gucken. Ja, die brauch ich beide. Nützt ja alles nix. Mobil Spotlight. Zwei. Machen. Geht nicht. Zwei. Ja, du brauchst gar kein Kabel dafür. Egal. auf der. Dann schau. Komm. Dann schau dir noch hin. Dann schau dir noch hin. Die schau dir noch hin. Dann schau dir noch mal hin. Ja, das ist schon mal. Ja, die will ich auch haben. So, dann will ich noch mal weiter gucken hier. Essen kann ich auch nutzen, weil mir die nicht verhungert werden schleppte. Voll lauter Stress hier. Mal hier überall rein. Ist leer. Ist auch leer. Okay. 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 Das mache ich anders. So. Kann man keinen Lauf mehr für die Rift oder ist der schon da drin? Schottkahn, Schottkahn. Alles nur Schottkahn zieht zu werden, Schönte. Okay. 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 So, jetzt nur mal überall rum gucken. Was wichtig ist, weil das noch was ist, weil ich brauche. Eine Lampe, wo ist meine andere Lampe? Zwergen, Schönte? Ach, da sind schon zwei. Gut. Wer ist da? Ach, die können hier bleiben. So wie die sind, die noch nichts werden, Schönte. So, hier auch noch mal bisschen gucken. Da können wir sofort eine voll essen. Warum? Ah, weil mir das Spaß macht. Da kommen die sechs Glas raus. Was? 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 Hey, der ist kaputt. Nee, doch nicht. Oh, hab ich hier zerschreckt. Mensch, hier sind noch so viele schöne Sachen drin, die will ich alle haben, Zwergen, Schönte. Da musst du wohl noch mal laufen. Ja, oder ich grabe mir jeden Weg hin. Was hältst du davon? Gar nichts. Ah, war mir klar, dass du davon wieder gar nichts hältst. Ich könnte hier genauso gut runtergraben und dann durchgraben. alles unter Tage herlaufen. Ja, natürlich. Aber die kann ich doch soweit fertig machen, ne? Okay. Da habe ich zwei. Ich bin selber. So. Ja, der hat einen. So. Nur noch der Stock fehlt, Zwergen, Schöne. Dann haben wir die auch wieder. So nimmt die auch ganz wenig Platz weg. So einen duseligen Stock finde ich hier nicht. Dann fangen wir die Schaufel erstmal weg. Dann machen wir die Magnum gleich fertig. Ich habe echt gedacht, wir brauchen ne Kabel, Zwergen, Schönte. Na, das kommt davon, wenn man nicht guckt. Sag mal, ich habe doch gerade noch einen Griff dafür gehabt. Wo ist der denn? Ach da. Ne, Magnum Parts habe ich nicht mehr. Ach da. Jawoll. So. Dann haben wir heute wieder ne Magnum fertig gekriegt. Fast ne SMG. Die Riffel. Falls ich mal eine verliere. Falls ich mal sterbe, Leute. Da fehlen nur ein bisschen. Aber das kann ich eigentlich auch nehmen. nur ein bisschen. Schöne. O Dublin. Dann nein. Dann nein. Dann nein. Dann deineairsparten. Dann nein. Dann nein. Ja, bis hier noch. Der hier raus, die Steine hier rein. Die Steine. Die Bootframes. Die Steine auch. Schön. Ach, das sind die gleichen Parts. Ich habe schon gedacht, AK-47 sind ja von Zweiteilen. Aber habe ich ja gar nicht. Dann sind hier noch 40. Ich habe kein Holz mehr. Ich kann auch noch hier rein. Soll nur einer sagen, ich tue nichts für meine Gesundheitsfernschnitte. So, dann muss ich heute auch nur Sand holen. Steinchen. Aber ich habe da wieder einen Weg aus. Und dann, ich glaube nicht, dass meine Hütte so ganz günstig ist, wie ich die jetzt habe. Und die Nacht von 18. auf 19. habe ich eine kleine Horde gehabt. Die habe auf meiner Hütte rumgeprügelt. So weit, so gut. Ich habe sie ja nicht gekriegt, die Horde. Aber die haben mir einen Steinbecher geploppt. Und das geht ja gar nicht. Muss ich wieder was rauspacken? Kann das sein, Zwergen? Ja. Nee, 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 nee. Doch, muss ja was rauspacken. Ich lasse ich den hier. Oh. Jetzt haben wir hier so ungefähr alles raus aus der Hütte, was ich unbedingt brauche. Jetzt gehen wir wieder zu meiner neuen Hütte. Da setze ich dann auch nicht mal einen Schlafsack. Wenn ich dran denke. Ich muss mich dran erinnern, Zwergenschilde. Na gut. Du musst den Schlafsack setzen. Doch nicht jetzt. Doch erst wenn ich an meiner Hütte bin, Zwergenschilde. Jetzt bringt das nichts. Na, ist ja gut. Hast du Platz für Federn? Nö. Ja, warum guckst du dann danach? Das ist eine Gewohnheit. Wir düsen, düsen, düsen im Sause-Schritt. Und bringen die Hoffnung mit. Auf diesem Himmelsritt. Ja, ja. Du reitest auch quer durch Wind, ne? Wer reitet dann nachts durch den kalten Wind? Das ist der Zwerg mit seinem Kind. Ja, ja. Zieh mal lieber zu, dass du jetzt nach Hause kommst. Und dann mach da alles fertig, was du noch fertig machen willst. Ja, mach ich auch. Ist gar kein Problem, Zwergenschilde. Bären, muss ich auch noch töten? Äh, ich glaube auch. Ganz bestimmt. Aber muss ja nicht heute sein, ne? Ja, warum denn wohl nicht? Na, ich weiß nicht. Heute ist, äh... Gestern bist du schon dreimal gestorben. Da musst du heute noch nicht drauf anlegen, dass du von Bären erschlagen wirst. Ja, gestern. Das waren ja auch die Runde. Dreimal Hunde. Hunderiss. Ja, haben sie mich als Hundefutter verarbeitet. Die gemeinen Viecher. Guck mal, die Rehe bieten sich heute ganz schön an. Sieht zwar aus, als ob sie mich heute gut jagen könnte. Dann könntest du deine Schweine voll machen, ne? Oh, damit du nicht wieder aufstehst, Alter. Der Hund, der war schon tot. Oder habe ich das zweite Mal nicht getroffen? Ist der jetzt wieder aufgestanden, Zwergenschilde? Ich weiß ja nicht, du rufst dich auch nicht um. Also, so ne Klappe kann ich da nicht drauf machen. Die Tür geht nicht gerade legen. Meinst du, da geht ne große Tür gerade legen? Ich wette, du hast ja eine gehabt, aber du musstest die ja unbedingt setzen. Na sicher musste ich die setzen, Zwergenschilde. Das hast du doch gesehen. Jetzt haben wir 250 Stahlbachen. Wie weit kommen wir damit? Da können die Katze 25 Stück aufwerden. Ah, 25. Hm. Ja, wollen wir mal gucken, welche wir aufwerden, Leute. Ui, ist aber schon schön dichter, Wald. Ich glaub, ich mach den noch ein bisschen dichter. Ja, vor allen Dingen siehst du jetzt die Kakteen gar nicht mehr. Gut, hier haben sie mir was rausgekloppt, die Arschlöcher. Hier. Da. Aber dann sind sie hier nicht weitergekommen. Hehe. Hat mich gefreut. Hier haben sie mir auch eine Ecke rausgehauen schon. Mann, Mann. Was machst du denn jetzt? Ja, gucken, ob hier Feuer im Ofen ist. Da ist noch genug Ofen. Instrument. Zement. Alles. Da können wir schon mal graften. Wir brauchen gleich den Stahlbachen hier. Wie viel? Können wir auch graften. So. Jetzt einmal hier. Ach, da sind die. Auf, aufgesichst. Da ist gar kein Rad dran. Was soll denn das? Ich hab keine Ahnung. So, jetzt erstmal gucken. Da ist was für. Da ist mal die beiden raus. Die sind nämlich für Dinge entzieher. Für Licht machen. Das ist Bauch. Jetzt die angefangenen Knarren hier raus. Was? Ja, wo kommen die denn jetzt rein? Die Motoren. Die Motoren setzen sich bei roter Kreuz rein. Warum? Weil mir das gerade so einfällt und ich dazu noch spaßig finde. Ich bin jetzt für ein Schülter. 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 Da ist ja noch weg. Oh, jetzt kontrollen wir uns hier wieder ein bisschen Brennmaterial. Packen wir da schon mal rein. aber hast du gemerkt die Woodframes trennen gar nicht mehr so lange wie früher es ist tatsächlich so gewesen damit sie die so wie am 10 uhr ich mache erstmal wieder pause zwergenschelte war schwer genug heute wie ist denn die leute ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch gefallen